Keine Kurzvideos in deiner Social Media Strategie zu nutzen, kostet dich locker 6-stellige Umsätze pro Jahr. Wenn du Berater oder Dienstleister bist, solltest du dir unbedingt nachhaltig eine Brand aufbauen. Denn das Fenster, um organisch Reichweite zu generieren, war 10 Jahre lang zu. Durch die Plattform TikTok und Kurzvideo-Formate wie Reels hast du innerhalb der nächsten 18-24 Monate Zeit, dich und deine Marke organisch zu positionieren. Wenn du mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu deinem Unternehmen haben möchtest, trage dich jetzt auf unserer Website für ein kostenloses Erstgespräch ein.